Ja, Jenny Elvers regt sich auf über Klima, 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 Kleber im Elbtunnel. Das ist echt ein Zungenbrecher. Ja, liebe Jenny, ich kann dich da voll verstehen. Jenny kann jetzt nicht aus Lüneburg nach Hamburg kommen, weil sie hatte irgendwie einen Termin. Also bitte, liebe Klima, Kleber, Kleber, Klima, bitte lass doch Jenny mal durch den Elbtunnel durch. Das wäre sehr, sehr schön und sehr, sehr lustig. Naja, dann braucht Jenny nicht so ernst gucken, weil das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass Jenny da irgendwie sauer werden muss. Die liebe Jenny Elvers, ja, ich habe einige Mal über sie berichtet. Gestern erst und jetzt heute über die Klimakleber im Elbtunnel. Was machen die da? Krabbeln die da an der Decke oder kleben die sich da fest oder suchen die da irgendwie, wollen die da irgendwie schwimmen? Keine Ahnung, was, ja, keine Ahnung, was Klimakleber da machen. Auf jeden Fall, Jenny Elvers würde ganz gerne durch den Elbtunnel kommen und sie kann es nicht. Sie würde ganz gerne da durchfahren und sie hat einen Termin. Deswegen macht doch mal bitte den Elbtunnel frei. Vielen Dank. Danke schön.